Hallo und herzlich willkommen zu einem für uns etwas unschönen Video. Mit mir dabei ist der Willi. Hallöchen! Und ja, wir befinden uns hier auf dem Zartoffel-Server und haben eine Ankündigung zu machen, die uns nicht besonders leicht fällt, aber die wir finden, dass sie lieber rechtzeitig als zu spät gemacht werden muss. Und das ist, der Server wird in 25 Tagen, also zum 25.02. down gehen. Das hat ein paar Gründe, also erstmal hat es nichts damit zu tun, dass wir uns irgendwie verstritten haben oder sonst was wie. Wir werden auch jede Menge Projekte in der Zukunft noch zusammen planen, also zusammen planen haben wir geplant. Aber das ganze Sache ist, erstmal läuft das Sponsoring aus und dann sind wir natürlich auch immer so, wir haben Leute, die sich hier wahnsinnig reingehangen haben in den Server und die haben einfach nicht mehr die Möglichkeiten, so diese Zeit einzubringen und deswegen ist es auch einfach nicht mehr so möglich, das Ganze so aufrechtzuhalten. Genau, die Gründe dafür lassen wir jetzt einfach mal außen vor, das ist natürlich auch private Gründe mit dabei. Was wir euch aber versichern können, ist auf jeden Fall, dass wir uns um ein neues Konzept sozusagen schon Gedanken gemacht haben, also wir wollen eventuell mehr in die Spiele langlebige Minispiele gehen, survival war dann doch ein bisschen kurzlebig für viele Spieler. und das Ganze wollen wir da mit einer Drittpartei zusammen machen, also wir wollen uns und unsere Freunde eigentlich gar nicht mehr darin einbeziehen, weil es da öfter mal ein bisschen Chaos gab und es gibt sicherlich Leute, die das professionell hinkriegen und auch besser. Ist auch zum Beispiel so, das ist ja bei uns so, dass wir zum Beispiel zum März auch das Netzwerk wechseln und da die Option haben, dass wir da eine größere Möglichkeit einfach im Hintergrund haben und das deswegen versuchen auch damit einzubringen, dass wir eben, wie der Willi schon gesagt hat, eine längere Motivation für euch auch erbieten, weil wir haben immer gemerkt, klar, am Anfang ist immer Survival, dann ist es irgendwie sehr, sehr schnell, aber man hat es immer nachgelassen und das wollen wir eben genau beheben und das ist halt auch einer der Gründe, aber es tut uns wirklich da, das hat uns richtig viel Spaß gemacht und es soll definitiv nicht das Ende von der Community sein und deswegen wird das Teamspeak auch weitergeführt werden, wo ihr auch drauf gehen könnt, werden wir auch nochmal hier unten in den Videos drunter verlinken und wir gucken, dass wir es möglich machen, dass auch wieder ein Server entsteht, aber definitiv dann eben auf Minispielbasis. Genau, also Sepp Toffel an sich, der Name Sepp Toffel, die Community Sepp Toffel bleibt bestehen, wir bleiben noch ein Team, würde ich mal sagen, wir haben immer noch uns als Community, nur, in Anführungszeichen nur, der Minecraft-Server ist halt nicht mehr vorhanden ab dem 25.02. Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Ganz genau. Vielen Dank.